Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir mögen manchmal erstaunt sein, mit welcher Genauigkeit die Väter diese Texte gelesen haben. Vor allen Dingen Texte, mit denen wir uns heute, oder von denen der Ruf gilt, sie seien schwierig. Der ganze Pentateuch, dieses schwierige Buch der Landnahme etwa, oder hier des Exodus. Sehr sorgfältig haben die Väter jede Regung und alles genau beobachtet. Man merkt das noch in diesem Zusammenhang bei den jüngeren Vätern, etwa Bernhard von Clairvaux, der an seinen ehemaligen Schüler am Papst Eugen in der Schrift Dekonsideratione schreibt, gib Acht, dass du kein verhärtetes Herz hast. Wenn du jetzt fragst, was das ist, dann geh hin und frag den Pharao. Dann weißt du, was das ist. Wir haben das heute in der Lesung gehört, zweimal. Wie der Pharao sein Herz verhärtet und wie Gott das Herz der Ägypter verhärtet. Und es gibt eine weitere Stimme, die dafür Zeugnis gibt, wie genau die Väter gelesen und verstanden haben und uns damit helfen, diese Texte für uns zu verstehen. Denn sie berichten nicht irgendwie über ein fernliegendes Ereignis, sondern sie berichten über unseren Auszug, über unsere Sklaverei, in der wir gefangen sind. Jene, so sagt Maximus der Bekenner, jene, die noch im Kampf gegen die Leidenschaften feige sind und den Angriff der unsichtbaren Feinde fürchten, sollen schweigen. Das heißt, sie sollen sich nicht ein Verhalten zur Verteidigung der Tugend zu eigen machen. Vielmehr sollen sie durch das Gebet Gott die Sorge für sich überlassen. Zu ihnen wird im Buch Exodus gesagt, der Herr wird für euch streiten und ihr sollt schweigen. So heißt es in einem Textzeugnis des hebräischen Textes, der von unserer Lesung etwas abweicht. Der Herr wird für euch streiten. Was tun wir uns manchmal nicht alles Mögliche an, angesichts feindlicher Angriffe, die uns in Unruhe stürzen, die uns schlaflose Nächte bereiten, die uns immer wieder sozusagen im Kampf halten, in dieser Unruhe halten. Es ist schön, dass die Väter das so sagen. Zu ihnen, zu uns, sagt das Buch Exodus, der Herr wird für dich streiten und du sollst schweigen. Vielleicht können wir immer mehr lernen, diese alten Texte, die so vielerlei Bedeutung haben und die so aufgeladen sind, auch wirklich auf uns zu beziehen und sie mit unserem Kampf ins Gespräch bringen und sehen, wie die Hilfe Gottes immer da ist für alle, die sie denn wirklich ernsthaft in Anspruch nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.